Ich arbeite nach dem Motorrad in der Zeit. Oder ja, ist da einer? Ja, ja, genau. Das ist dieses... Das ist das Maximum. Es gibt zwei große Projekte. Einmal die Metro. Und dann weiß es, die Elevated Expressway. Genau. Das kann ich da sein. Aber auch die Metro ist auch weiter. Ja. Weil lange Träger sind. Sehr schön. Nein, das sind so kleine Tricks. Also auch, wenn ihr schon weiß nicht, ich weiß nicht, wie gut man hier lagt. Ja, ja.